Diele am Rosenthaler Platz, 1,5 Zimmer, schönes großes Wannbad mit Handtuchheizkörper, großes Wohnzimmer als Durchgangszimmer, aber Südseite, große Balkon, wir blicken in den großen Innenhof und zum Fernsehturm nicht vergessen. Jetzt geht es zum Esszimmer, in Verbindung mit der kleinen Küche, zur Straße sehr ruhig trotzdem, Wohnungen sind komplett umgebaut, alle die Großräume hier gemacht, die Einbauten könnten übernommen werden für kleines Geld. Zurück zum Wohnzimmer, wie gesagt, Südseite, wunderschön, jetzt wird gutes Wetter erwischt, und das im Herbst, heute sind wir am Schlafzimmer gelandet, auch Südseite zum Innenhof, sehr, sehr ruhig vom Schlafzimmer, das Gegenüber, das Wannbad nochmal, und das Einzimmer zur Straße, ein kleines als Büro, Gästezimmer oder auch Schlafzimmer mit Schallschutzfenster und dann ein kurzer Weg wieder ins Klappenhaus. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Vielen Dank.